Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Abikurs Geschichte. Diesen Kanal habe ich eingerichtet für meine Schülerinnen und Schüler, die ins schriftliche oder mündliche Abitur in Geschichte gehen wollen. Es dürfen natürlich aber auch alle anderen zuschauen. Auf diesem Kanal werde ich mir verschiedene Bereiche der Geschichte anschauen, verschiedene Ereignisse, verschiedene Epochen und nochmal deutlich darlegen, warum sind die wichtig, wo liegen die Ursachen, was bedeutet das alles für die Zukunft. Das bedeutet aber auch, dass das Anschauen dieser Videos allein natürlich nicht helfen wird, das Abi zu bestehen. Man muss trotzdem noch Bücher in die Hand nehmen und nochmal sich die Sachverhalte nachlesen. Das Ziel besteht wirklich darin, die Zusammenhänge herauszuarbeiten und noch ein bisschen Verständnis zu schaffen, warum passiert das alles überhaupt. Wenn Fragen sind, kann man die gerne mir im Unterricht stellen oder falls die Zuschauer nicht, Schülerinnen und Schüler von mir sind, gerne in die Comments reinschreiben. Ich werde es dann in einem der zukünftigen Videos ansprechen. Vielen Dank und viel Spaß beim Zusehen.